Ihr habt eine Idee. Habt ihr... Na, habt ihr vielleicht was so mit Klemmer? Mit Pepp? Ähm, die... ja, die A. Die A. Der K. Der K. Der Reißen. Der A. Der K. 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 ... ... ... ... ... Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Meine Eltern haben mir erzählt, die waren auch mal auf einem Livekonzert von dem Typen. Da sind sie dann so abgegangen, in der Nacht raus und da war was los. Da ist was ganz Tolles entstanden. Aber das ist ja genau das Problem, meine Eltern, das ist Jahrzehnte her. Das kann man doch dem Publikum von heute nicht mehr zumuten.